hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von the mountain so first of all werden wir direkt mal wenn wir nicht ich habe nachgeguckt was mein problem mit dem slime war werden wir auch angehen weil moment man kann wird das hier wort angezeigt erst mal gucken man muss jetzt leider auf jeden fall weiterverarbeiten das wird das über den konkrete es wird anscheinend hier nicht angezeigt man kann mir nicht direkt so nehmen man muss den weiterverarbeiten das steht in den büchern die bücher sind noch da drin fragt sich nur in welchen die sind nämlich dummerweise geändert worden die wills and you 1 wahrscheinlich getting started receive armor modifiers das wären ja armor modifiers die sind ja quatsch die bräuchte gar nicht auf jeden fall muss wort mich auf die tools haben möchte hier ist schon mal nicht drin so the mighty smelting aloys with siebs nein verdammt materials modifier kaktus blablabla crystal slime genau dem braucht man nämlich vier slime bälle dirt und sand und das dann noch mal braten dann kriegt man diese crystal und daraus kann man dann die tool die sachen machen da denke ich mir aber nehmen wir gar nicht den grünen slime sondern wir besorgen uns blauen der blaue ist besser und noch was ich allerdings nur erwähnen will das zweite fährt hat einen namen vorschlag von larion larion in erde um genau zu sein das zweite fährt wird wird achel heißen oder achilles achilles achilleus er schrieb achille als anlehnung auf ja da bin ich mir nicht sicher ich glaube achilleus heißt er eigentlich wird aber oft auch achilles genannt nämlich der erzfeind von hektor aus dem trojanischen kriegen ich sollte hier endlich mal glas rein machen warum ist hier kein glas drin man aber keins hatten wahrscheinlich so weil hier können sie rein hier nicht glaube ich hier nicht hier sind zwei da könnten sie nicht rein so hat aber ja nur am rande weil wir können sie ja noch nicht benennen so ich nehme jetzt mal ein bisschen was dort mit hoffe ich doch das reicht obwohl kommen den tauschen wir einfach mal aus gegen den ganzen stack haben wir gar nicht mehr okay muss reichen und dann besorgen uns den blauen slime damit wir das machen können außerdem warum ist das schon eingegeben ist ja interessant gehen wir mal bronzer an drei kupfer ein zinn was haben wir denn hier noch drin jetzt kupfer ist bestimmt noch drin aber nur eins okay da haben wir schon mal drin 3 drauf ballern wir einfach mal gucken warum kommt in der zeit wir hatten uns ja den hier gemacht den da auf die hat kommen wir auch wieder schön runter wir haben das leiden insel in der nähe wenn ich das richtig im kopf haben wir hatten auf jeden fall schon einige gesehen und da werden wir uns mit dort hoch arbeiten und dann holen wir haben uns den blauen slime falsch so da ist eine und da ist eine diese ein bisschen weit weg also gehen wir hierhin new end point damit wir da mal eine richtung angezeigt kriegen auch da wusste ich gar nicht dass das geht ist ja interessant machen wir abstehen lassen wir bei und zwar blau und das ist jetzt da könnten der hektor nehmen aber ich glaube soweit ist das nicht buxieren monster hoch nehmen und zwar zwei mit kann man auch direkt die slime bäume mitnehmen obwohl die bäume werfen glaube ich grünen slime ab bin ich aber jetzt gar nicht sicher warum hört er immer auf zu sprinten dorit und adensit ok müsste man eventuell auch garantiert sogar ich habe mir überlegt auch wenn ich das haus immer noch nicht so wirklich durchgeplant habe es wird was größer ach und ich wollte clay in den ofen ballern das war stahl produzieren können naja ok das hätte nämlich jetzt schön beraten können in der zeit wird es hoch ein lieber gesangsverein könnte jetzt nicht ins leiden darunter plumpsen uns direkt vor die füße damit wir das problem erledigt haben das wäre cool oder zieht auch aus als wenn wir einigermaßen darunter so hoffen wir mal sag und hoffen mal dass das reicht hier ja so extrem hoch wird hoffentlich nicht sein weil mir gerade einfällt mit dem glider wieder runter wer blöd dann bleibt nämlich die dörtsäule hier stehen auch nicht so geschickt nehmen wir also auch die säule um wieder runter zu kommen hey es wird windig hoffentlich bläst uns nicht hier runter doch reicht ja locker hier glaube ich fast mit einem stack ausgekommt also höhenangst darf man nicht haben bei der aktion hier da sind wir doch schon hey junntag wie keinsleim da und kein baum drauf ne purpose leim gibt es auch interessant das übrigens ich bin mal drauf ne geht gar nicht vom abspringen ja genau wenn man darauf abspringt ok ja doof gelaufen aber immer wenn ich den mit alter hallo ich möchte wieder hoch so was macht man denn aus dem da kann man auch die kleinen channel draus machen ok ja ist natürlich duftet ihr gerade kein slime zu hause ist die spawnen nämlich auf den inseln so blaue wenn man die platte haut kriegt von blauen slime und den wiederum möchte ich halt haben wäre zu schön gewesen wenn das auf anhiebe geklappt hat und die bäume die hier wachsen die schmeißen auch slime ab wenn man sie fällt so quasi wie wie äpfel sag ich mal ich weiß gar nicht ob das mit der schaufel so gut ist was ich hier mache vielleicht besser noch mal mit alles ding 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 und diese gummieffekt kann man garantiert auch noch irgendwann mal irgendwie irgendwie einsetzen um keine ahnung wo hoch springen zu können beziehungsweise dieses leipzig zu basteln mit denen man sehr gut irgendwo springen kann mal schauen 40 kommen dann immer noch mehr mit die folge ist schon fast verblasen alter geht das nur mir so oder sieht man bei diesem andersfarbigen wasser gar nicht so wirklich dass da eine strömung ist muss man irgendwie mehr darauf achten finde ich 47 auch dahinten sich noch was rum okay 53 na gut so jetzt habe ich ganz so ein bisschen muffen vom runterfallen so abwärts und das ist schon dunkel alter finne müssen wohl doch zu der anderen kleinen insel weil ich hätte den blauen werden die sind nämlich die mal abgesehen von mannilium was war noch nicht haben wofür wir müssen messer müssen sind das so ziemlich die besten spiele weil ich die für werkzeuge weil es die haltbarkeit erhöht ja bingo ich noch eine schaufel ja komm mal mit der ne da haben wir ich mit der hand weiter geht ja schneller bist du mit der hand schneller als wieder mit der kaputten schaufel das ist ja interessant ja dumm gelaufen nein keinen neuen waypoint waypoints kann man den wieder löschen dann wollen wir verdammt dahin das ist aber weit zumindest von hier aus dann gehen wir erstmal nach hause war gleiche richtung glaube ich müsste da sein heißt noch sparen könnten wir mal umbenennen werden schlafen und dann nehmen wir hektor für die andere richtung die ist ja dann doch ein bisschen weiter ach so sand ich würde gerade sagen was sieht das da so komisch aus so hat also mich vor alter sind denn hier für löcher am boden sind wir da vorhin auch dran vorbei grüßchen da war ich schon so schnell hinter dir und du ballerst mit trotzdem noch tierisch einreihen das ja wahnsinn dahin am creeper vorbei jawohl die wollen nicht davon nach hause kommen da ist auch einer ist es denn hallo ja schieß mir in rücken feige sau hoch verdammt ja 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 halt da so und das herz klopft schon ganz schön ja kein wunder wir sind ja fast am verhungern was hat denn creeper hinterm haus der auf uns wartet auf dem nicht vorhandenen dach auf dem nicht vorhandenen dach alter wir sterben ja das habe ich auch noch nicht gesehen so ein kleiner misstratten zombie reitet auf einem auf dem nicht vorhandenen dach 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 auf dem nicht vorhandenen dach